Hallo und herzlich willkommen zu Modern Bart's Sleeping Dogs. So, ach, da haben wir ein bisschen Kleidung und so. Brauche ich jetzt aber erstmal noch nicht. Ich will nicht mehr in den Bam Bam Club gehen. Klar, hast du gehört, dass mein Freund die letzte Nacht war? Alles klar, Leute. Ihr möchtet den Bam Bam Club nicht. So, gut. Wirkt mich nett. Ich gehe jetzt hier rein. Und schauen wir mal, was es da jetzt als nächstes zu tun gibt. Oh. Oh, junge Dame. Ja, ich denke, ich weiß, wo es ist. Oh, ich denke, ich weiß, wo es ist. Ich dachte, es war hier. Es ist eine Kung-Fu-School. Aber ich bin völlig verloren. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ja, ich denke, ich weiß, wo es ist. Ich meine, es ist nicht zu weit. Ich kann dir einen Rennen. Ich bin, es wird einfacher als zu erklären, wo es ist. Uh, okay. Ja, das wäre wirklich toll. Mein Name ist Amanda, by the way. Oder Amy. Either eine ist gut. Oh, schön zu treffen, Jamie. Ich bin weg. Amanda. Er erinnert mich jetzt gerade. Ein bisschen. Geht ja fünf. Michaels Frau heißt doch auch Amanda. Können Sie einen Auto hier haben? Ja. Also, ich würde es nicht als Auto bezeichnen. Eher als Motorrad. Also, was bringt Sie zu Hongkong? Dann bringen wir jetzt die Amy zum Bam Bam Club. Warum auch immer. Sie will doch zum, äh, kein Ahnung. Zu irgendeinem Club? Kung-Fu-Club? Oder dachtest du, dachtest du es nicht? Well, ich habe nur ein paar Wochen reisen, also keine realen Progresse an der... Also, das ist der Bam Bam Club. Nach Hause sah ich ein Restaurant, das ein bisschen wie das. He, nicht die Lokal hören, dass du das sagst. Oh, jetzt fahren wir zum Tempel. Dann fahren wir erst mal zum Tempel. Wow, das ist ein ziemlich cooles Ort für eine Kung-Fu-Schule. Leider ist die Schule nicht in dem Tempel. Nicht in dem Tempel, aber. Haben sie das Tempel nicht als Backdrop für... Was war es? Fists of Carnage? Nein, es war in den Großvatern der Shaolin Fists. Wenn du das sagst... So, ha. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es diese Mission ist, ne? Wenn du es hier zur Martial-Arts-Schule. Tschüss, tschüss, tschüss. Kann ich dir helfen? Ja, ich möchte ein paar Kung-Fu-Klassen sein. Ich habe über deine Schule und meine Guide-Buch. Ah, deine Guide-Buch. Ja, es sagt, dass du ein Stil mit einer langen Linie ist, aber in spite of all das, es ist immer sehr effektiv. Du willst, okay? Und du? Du hast auch über dieses Ort in einem Buch geschrieben? Also, ich... Wait. Ich weiß dich. Ja, Sifu-Kwok. Ich war dein Student. Ich bin Wei, Wei-Shen. Ah, ja. Der, der nach Amerika kam. Also, du hast diese Frau mit dir gebracht. Äh... Ihr Skill-Level mit Mädchen ist sehr gut. Jetzt ist es Zeit, um deine Skill-Level in Kung-Fu zu erfüllen. Ganz so ist es zwar nett, aber... Lassen wir ihn halt in ihm glauben. Ähm... Ach, an... Was? Anvisieren? Ach... Ach... Ach, ich muss denn jetzt hier die ganze Zeit... Boah... Bewegen Sie sich... Drücken Sie... Linke Maustaste, während Sie jemanden anvisiert haben, um in verschiedene Richtungen zu schlagen. Ich sehe, Zeit in Amerika hat russiert deine Skills. Entspiritual ist dafür wirklich laufig. Wahrscheinlich hat es deine Konzentration zu lassen, Herr! Ach, jetzt muss ich hier auch noch... Nein, 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 nein. Mein Verständnis des Termes Kautscher-Potato geht besser über einen Moment. Was ist los? Komm her. Alle Menschen müssen manchmal rüben. Aber nicht für amerikanische Touristen. Hey, hat er da gerade einen Schlag gemacht, den er eigentlich noch nicht kann? Nein, nein, das ist die Räume von dir. Wow, diese sind so extrem. Wenn nichts anderes, würde ich mir wünschen, dass du besser vor deinem Frauen-Frienden bist. Ich glaube, wir sehen uns. Ich habe die richtigen Richtung auf den richtigen Weg. Es ist besonders die jüngeren. Aber sie wollen alle sein Songong-Yi. Now, now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion. And pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. Song Dynasty, right? Very good. Song Dynasty? That's like a thousand years old or something. That's real? Part of a set of twelve. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student. Corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiance. What? Okay, yeah, that was fun. What do you want to do now? Oh, you need to get home. But I will definitely call you later. Good, good. Do we want to bring you back home? No. No. It's going to be on the floor. All right. So, good. Now we have here the... ... 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 Ich glaube, da muss ich auch noch mal anrufen, dann. Gut, und dann haben wir jetzt hier diesen Club freigeschaltet. Ähm, Truck mit Verkleidung steht auf Popstarshof. Überwachen Sie seinen nächsten Schritt. Okay. Äh, den kann ich anrufen und die kann ich anrufen. Äh... Ja, hallo? Manda, es ist Way. Du machst nichts später? Way! Hi! Ich ging mal zu Magistrate Park sehen. Willst du mitkommen? Ja, cool. Ich will dich in ein bisschen sehen. Vielleicht an Victoria Peak. Ja, das wäre Spaß. Tschüssi. Ach du Scheiße. An Victoria Peak? Das ist ein gutes Stückchen, glaube ich. Ja, das ist ein gutes Stückchen. Ja, gut. Dann fahren wir jetzt eben zum Victoria Peak. Amanda fotografieren. Alles klar. Also dürfen wir jetzt Fotos ja machen von ihr und mit mir und, äh, über sie und hin und her und rüber und rüber. So, und Krempe. Vielleicht hätte ich sie das doch nicht machen sollen. Du musst so weit fahren. Hier geht's weiter mit Mission. Und da vorne irgendwo geht's weiter mit Mission und, äh, ja, wir fahren jetzt aber erst mal zu Amanda. Bin mal gespannt. Der nimmt sie bestimmt noch, äh, mit ins Bett. Also sie schien ja echt, äh, nicht abgeneigt zu sein. Und er hat sie auch dauernd auch geklotzt. Ja, warte mal. Er hat sie auch dauernd auch geklotzt. Ha, das war der, keine Ahnung, wie viel der, der uns das erste Gesundheits-Upgrade gegeben hat. Und das sieht man jetzt übrigens hier mit so einem bisschen blauen Balken, ne? Ähnlich dem, äh, Rüstungsbalken, äh, oder, äh, Schutzwestebalken. Äh, äh, was, 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 was? Schläger? Äh, w-w-w-w-wie, wo? Hey, ich fahr einfach mal ein paar um. Wenn das so einfach wäre, komm. Stell... Was, was, was? Ich glaub, es hackt. Gibt's hier nicht irgendwo was? Hey, du sollst mich aufhören? Yeah! Du sollst mich aufhören. Du sollst mich aufhören. Du sollst mich aufhören. Ich hoffe, 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 ich hoffe. So, haben wir hier wirklich keine. Doch, haben wir. Komm. Abnehmen. Zack. Und wieder einer weniger. Komm, kommt her. Und noch einer weniger. Jetzt haben wir nur noch zwei. Ne, das ist zu weit. Oh, obwohl. Das könnte klappen. Und, tschüss, jetzt haben wir noch eine. Karten hier auch noch mal drauf. Gut, gut, gut. Jetzt haben wir hier Schläger besiegt. Und hier haben wir auch eine Überwachungskamera. Dann hacken wir die doch mal schnell. Hala, die Fee. Und, tschüss, haben wir unterwegs dann doch noch was anderes gemacht. Achso, ich muss hier die Zahlen eingeben. Äh. Obwohl, das wird jetzt nicht als Fehlversuch gewertet. Ähm. Ja, tauschen wir die einfach. Und. Vier. Fünf. Ähm. Ähm. Natürlich. Exakt falsch rum. So, sehr schön. Da haben wir wieder eine Kamera gehackt. Und jetzt müsste man eigentlich... Wo ist denn mein Fahrzeug? Könnt ihr natürlich auch das da nehmen. Ich glaube, ich nehme den auch. Müsste theoretisch hier hin. Ja, ne. Mache erst mal hier... Das da will ich erst zuerst machen. Und jetzt, äh... Ich glaube, ich kann mir auch Taxi rufen. Bin ich nicht ganz... Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das, äh... Funktioniert, dass ich mir ein Taxi rufe. Apropos Taxi rufen. Hey. Ich möchte dich gerne anhalten. So. So. Ich nehme jetzt erst mal ein Taxi. Ich hoffe mal, dass das funktioniert, dass ich... Nein? Okay, aber hier kann ich hinfahren. So. Brauche ich den ganzen Weg nicht zu fahren. Ich habe gerade keine Lust dazu. So. Ein bisschen was kann man ja mal ausgeben für die Scheiße. Oh, Taxi klauen wollte ich jetzt nicht unbedingt. Nehmen wir halt unser... Popliges Motorrad. So. Möglicherweise müssen wir jetzt nur noch rauf fahren. Finde ich ein bisschen schade, dass man nicht zu jeder x-beliebigen Position mit dem Taxi fahren kann. Und mit dem... dämlichen, äh... Ja. War ja quasi schon auch ein Missionspunkt, ne? Motorradsprungrang. Ich bin nur Dritter, was? Verarschen? Das geht aber nicht. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Motorradsprünge machen. Meine Güte. Dritter. Püff. Püff. Oh, Polizei. Komm schon, komm schon, komm schon. So, dann sind wir jetzt gleich da. Hupsala, Hupsala, Hupsala. So, dann sehen wir auch mal diese Stelle hier. Ich glaube, da gibt es irgendwo oben auch so eine... ähm... Truhe. Ich glaube, der ist sogar eine Pistole drin, aber... Brauche ich nicht. Oder irgendwo hier... Hallo? Hey, Amanda. Du siehst frustrierend. Was ist passiert? Es ist kaputt. Warum ist es kaputt? Die Publikum ist nur auf den Wochenende gefordert. Oh, das tut mir leid. Ich wollte ein paar Bilder für meinen Blog. Hm. Lass uns sehen, was ich tun kann. Erstmal... Ja, mit deinen Fotos, richtig? Ja. Oh, schon schick hier, ne? Oh, oh, kannst du hier eine Bildung nehmen? Ähm... Das sieht gut aus, danke. Ja, ich muss sagen, diese Pistole sieht wirklich gut an dir. Ach soo... Du weißt, dieses Mann hat mich für's gekauft. Der Mann hat dir diese Pistole, hm? Er hat mir über ihn gekauft. Er ist ziemlich kackig. Ein bisschen ein Kerl. Aber er ist auch ziemlich kalt. Und was denkt der Mann über dich? Ich weiß nicht. Ich hoffe, er mag mich. Ich weiß nicht über den Mann, aber ich denke, du bist ziemlich kalt. Ach soo... Mit nem moderaten Schmiergeld machen wir das jetzt einfach. Du denkst, du kannst mich mit meinem Freund in lassen? Nein, ich hab dir gesagt, er ist geöffnet. Schau, ich mach's dir für dein Zeitpunkt. Hm. Gut, Sir. Es ist Zeit für meinen Freitag. Ich denke, ich gehe für einen Gehen. Du bist so resursvoll. Ach. Hol dir ein Bier. Und einen Donut. Hey, kannst du ein paar Bilder für mich nehmen? Bitte? Ja, kann ich. Immer doch. Oh, hier. Oh, das ist schön. Es ist schlecht. Aber gut. Hä, was haben wir da? Da blinkt was. Ach du Scheiße. Das ist ein gutes Span. Ach, Mist. Ja, dann haben wir einfach mal hier so ein, äh... ...Dresor entriegelt. Kleidung gefunden. Oh, coole Sache. So, diesmal mal... ... ein Dresor entriegelt. Das war großartig. Das war großartig. Danke. Danke. Ich glaube, dass du uns hierher gekommen bist. Das war großartig. Ich glaube, es war Spaß. Ein bisschen, wie ein schönes Tourismus in deinem Stadt. Ja, ich kann das. Danke nochmal, aber für die Zeit, wie du das... ...wennst du das... ...wennst du das... ...wennst du das... Ja, das ist okay. So, äh... ...wennst du das... ... wie ein... ...es Date? Das klingt gut für mich. Und was denkst du? Definitiv. Ich meine... ...äh... ...ja... ...ja, das klingt großartig. Na, danke für das Date, dann. Hey, ich habe eine Idee. Oh ja, erzähl mir mehr. Schrein... ...äh... ...schreinen, ja... ...Gesundheitsschreine erscheinen... ...äh... ...auf ihrer Minikarte. Und, äh... ...irgendwann zeigst. Coole Sache, aber... ...hat ich da nicht irgendwelche... ...ähm... ...upgrade? Ansehen-Upgrades. Was? Da müsste doch was gehen, ne? Oder wird das automatisch freigeschaltet? Feinkösten und Getränke. Der Regenerationseffekt von Lebensmitteln hält doppelt so lange an. Bla 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 bla. Okay. Scheinbar wird das automatisch freigeschaltet, da ja eh nur eine Möglichkeit besteht. Gut, und jetzt, äh... ...stehen wir hier ohne Fahrzeug rum, oder was? Okay. Hier steht auf jeden Fall ein Fahrzeug rum. Wetten, das kann ich nicht benutzen? Aha, war so klar. Das ist Amandas Auto. Gut, hier wollen wir auch nicht lang. Äh... Mein Auto ist halt einfach mal weg. Das Motorrad, mit dem ich gekommen bin. Ich sehe es jedenfalls nirgends. Vielleicht ist es auch irgendwo. Na egal. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach jetzt mal Schluss. Und... Keine Ahnung. Ähm... Ich werde mir mal ein Fahrzeug suchen, mit dem ich zurückfahren kann. Und... Äh... Ja... Im nächsten Fahrzeug geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und...